Über 2000 Stimmen, die Top 10 Klonkrieger und die Top 5 meistgehassten Klone, das wollten wir in der Vergangenheit von euch wissen. Doch heute haben wir euch nach euren liebsten Klon-Spezialeinheiten gefragt. Wir freuen uns darauf, euch unsere Ergebnisse zu präsentieren. Dieses Video ist eine Zusammenarbeit mit unserem guten Freund und Kollegen Star Wars Basis. Er hat ein ähnliches Video auf seinem Kanal zur Separatisten-Allianz und deren Droiden-Armee veröffentlicht. Das ist für euch am Ende verlinkt. Wenn ihr euch zukünftig weitere Kooperationen wünscht, schreibt uns eure Vorschläge in die Kommentare oder teilt uns eure Ideen auf Discord mit. Mit über 9000 Mitgliedern bilden wir den größten deutschsprachigen Star Wars Discord-Server. Pausiert das Video jetzt und klickt in die Videobeschreibung auf den ersten Link. Joint und schreibt uns, werdet damit Teil der 212. Sonst verpasst ihr was. Auf dem letzten Platz steht eine Klonanheit, die dieses Jahr erst ihr Debüt feiern durfte. Das experimentelle Klon-Squad Clone Force 99 ist eine der, wenn nicht sogar die einzigartigste Klon-Einheit. Bestehend aus Wrecker, Crosshair, Hunter, Tech und später dann auch Echo ist dieses Squad durch komplett zufällige Mutationen ihres Gen-Codes von Natur aus veranlagt, unterschiedliche Aufgabenbereiche zu meistern. Seinen Namen hat das Squad vom in Staffel 7 bereits verstorbenen Klon 99, der ebenfalls missgebildet war. 99 gehörte der Putztruppe Kaminos an. Diese einzigartigen Klone zeigen, dass Vielfalt ein Vorteil sein kann, auch wenn man von den regulären Vorgaben abweicht. Jeder von ihnen ist Teil des Puzzles, das in seiner Gesamtheit, wenn einmal vollständig, dazu in der Lage ist, die kniffligsten Geheimeinsätze zu leiten. Ja, eigentlich wollten wir die 501. Legion nicht in diese Abstimmung einbeziehen. Doch wir können auch nichts dafür. Da alle hinteren Plätze ebenfalls keine Klon-Spezial-Einheiten sind und vergleichsweise wenig Stimmen haben, haben wir uns dazu entschieden, diese Einheit ebenfalls mit auf die Liste zu setzen. Zur 501. gibt es nicht wirklich viel zu sagen. Sie sollte euch eigentlich mehr als bekannt sein und ist definitiv die prominenteste Einheit aus Star Wars. Im Legends zeichnet sich diese Einheit sogar noch mehr aus. Sie wurde ebenfalls wie die Coruscant Guards nicht auf Kamino ausgebildet, sondern auch auf Coruscant. Sie bekamen eine abgewandelte Ausbildung und trainierten vielleicht sogar mit der in Rot gehüllten Einheit. Sie unterstanden ebenfalls Kanzler Palpatine und sind somit irgendwo auch eine Spezialeinheit. Von einem gewissen Standpunkt aus und im Legends. Der dritte Platz wird von einer der fortschrittlichsten entwickelten Einheiten belegt. Obwohl so wenig zu den Shadow Troopern bekannt ist, hat es die Einheit des Republikanischen Geheimdienstes auf diese Position geschafft. Eines unserer letzten Videos thematisierte diese Einheit. Anders als ihre Kollegen arbeiten diese Klone alleine. Nicht zuletzt liegt das an ihrer Ausrüstung, deren Störtechnologien die anderen Klon-Rüstungen funktionsunfähig machen. Vor diesen Einheiten muss man sich definitiv in Acht nehmen. Es gibt nur wenig bekannte Einsätze dieser Truppe. Wenn ihr mehr über ihren wichtigsten bekannten Auftritt erfahren wollt, haben wir ebenfalls ein Video für euch am Ende verlinkt. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Auf dem zweiten Platz landet eine Spezialeinheit, die sich in Squads aus jeweils vier Leuten bewegt. Sie wachsen schon im Kindesalter miteinander auf und kennen sich in- und auswendig. Auch wenn die Armee aus genetisch identischen Replikaten besteht, so sind die einzelnen Charaktere so verschieden wie noch nie. In diesen Squads ist es wichtig, seine Brüder genau zu kennen. Auffallend durch ihre Katar-Rüstungen dienen in Geheimoperationen und leisten einen hervorragenden Job ab. Die bekannteste Truppe sehen wir wohl in Star Wars The Clone Wars. Das Delta-Squad hat vor allem im Legends eine trächtige Geschichte. Angeführt von RC-1138 ist dieses Klon-Squad in Kombination mit ihrem DC-17 Blaster-System, das sich beliebig in ein Scharfschützengewehr oder Granatwerfer umbauen lässt, eine Bedrohung für jegliche Feinde der Republik. Dicht gefolgt vom Omega-Squad wurde diese Klon-Einheit vor allem am Anfang der Klonkriege eingesetzt. Fehl eingesetzt ist hier besonders zu unterstreichen. Tausende Leben wurden während der Schlacht von Geonosis vernichtet, da diese nicht für alle Einsatzzwecke geeignet waren. Die beliebtesten und vielleicht sogar besten Klon-Spezialeinheiten besetzen mit über 1000 Stimmen die Arc Trooper. Arc ist dabei ein Akronym und bedeutet ausgesprochen Advanced Recon Commando. Hier ist allerdings wichtig zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Arten von Arc Troopern. Die Null-Arcs bilden dabei die erste Variante. Sie sind die ersten Klonkrieger und genetisch extrem modifiziert und instabil. Von 12 Einheiten überlebten delictlich 6 das embryonale Stadium. Rohe Prototypen Sie wurden von den Kaminoanern als zu großes Risiko eingestuft und wurden so fast gar nicht im Krieg eingesetzt. Ähnliches gilt für die Alpha-Arcs. Eine sehr frühe Generation von Klonen des Kopfgeldjägers Jango Fett, von denen 100 Einheiten existierten. Bekanntestes Mitglied ist hier Alpha-17. Sie sind in ihrer Denkweise ebenfalls zu frei und wurden auf Kamino in Stasis versetzt. Sie galten als letzte Verteidigungsoffensive im Falle eines Angriffs auf ihre Heimatstadt Tipoca City. Zu guter Letzt gibt es noch die Arc Trooper, die uns am geläufigsten sein sollten. In dieser Kategorie halten sich auch Fives, Echo und oder Jesse auf. Hierbei handelt es sich um ganz normale Einheiten, die durch gute Entscheidungen und Höchstleistungen im Krieg in den Rang eines Arc Troopers erhoben wurden. Da diese Art der Truppe doch so vielfältig ist, haben wir noch einmal eine Abstimmung auf Discord dazu gemacht. Kommt auf den Discord, erster Link in der Beschreibung, schaut in den Channel Abstimmungen und gebt uns eure Stimme, um auch den wahren Sieger dieses Rankings auszumachen.